Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Sparen mit Kopf und der Rubrik Bildung am Samstag, finanzielle Bildung für finanzielle Unabhängigkeit. Mein Name ist Chris und in diesem Video möchte ich mal so den Fragen nachgehen, wie soll ich eigentlich jetzt mein Geld anlegen, wie soll ich investieren, welche Geldanlagen soll ich nutzen, denn mich hat unter einem der letzten Videos die Frage erreicht von Carlos, zusammengefasst, ich blende es hier mal ein, aber zusammengefasst könnte man sagen, Chris, du investierst jetzt oder hast dein Geld, ein Tagesgeld investierst, ich schwanke jetzt noch, ob ich das auch mache, dieses Tagesgeld zum Beispiel über Zinspilot abzuschließen oder lieber doch einen ETF-Sparplan zu nehmen, weil eigentlich ist ein ETF-Sparplan von der Rendite her doch besser, würdest du jetzt raten, da 50-50 zu machen und so weiter, was ist dein Tipp dabei? Ich denke, diese Fragen haben mehrere Leute, beziehungsweise erkenne ich immer wieder, zum Beispiel wenn ich in die Aktien mit Kopf-Community bei Facebook schaue von Kolja, dass dort sehr viele, vor allem auch junge Menschen, was ich richtig gut finde, dass die schon investieren wollen, dass die aber eine Sache dabei vergessen, das möchte ich mal in diesem Video jetzt erwähnen, ich möchte damit nicht sagen, dass jetzt meine Art des Anlegens oder Investierens die richtige ist, es ist nun mal halt einfach meine Philosophie, die möchte ich mit dir teilen, je nachdem, inwieweit du da übereinstimmst, kannst du die Stücke dir da rausnehmen, die du eben für richtig hältst und da entsprechend deine eigene Strategie auch dann daraus basteln. Ich möchte jetzt zumindest meine Strategie und meine Meinung über dieses Thema mit dir teilen, viel Spaß bei diesem Video. Okay, lass uns direkt loslegen, für mich habe ich so drei Faktoren vor allem festgestellt, die ich immer wieder bei den Anlagen und Geldanlagen berücksichtige und die du meiner Meinung nach auch berücksichtigen solltest und das Erste ist das Allerwichtigste, deswegen lass uns direkt dazu kommen, es ist dein Ziel. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ach Chris, komm mir doch nicht schon wieder mit deinem Ziel, aber es ist eben so wichtig, vor allem, das habe ich hier nochmal unterteilt, dein persönliches Ziel, das du für deinen Vermögensaufbau hast, für deinen finanziellen Erfolg, das ist entscheidend für deine ganze Anlagestrategie und entsprechend auch für die Anlagen, die du dann eben entsprechend nutzen musst. Was ist zum Beispiel dein persönliches Vermögensziel? Reicht es dir, den finanziellen Schutz aufzubauen mit noch einem Polster von ein paar tausend Euro für Reparaturen und Anschaffungen, dass du dich einfach ganz sicher fühlen kannst, falls du zum Beispiel mal den Job verlierst, dass du dann eben nicht gleich in Geldnot gerätst, sondern dass du das eben abpuffern kannst. Ja, möchtest du diesen Puffer haben oder möchtest du mehr, möchtest du ein sechs- oder sogar siebenstelliges Vermögen? Ist es dein Ziel, finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Freiheit zu erreichen, passive Einnahmen aus deinen Vermögenswerten oder ist es dir vor allem wichtig, zum Beispiel diese Lücke später mal in der Rente zu schließen? Habe ich ja in meinem Video die Wahrheit über die Rente mal aufgezeigt, welche Lücke da entsteht zwischen deinem jetzigen Nettoeinkommen und dem, was du später mal wahrscheinlich als Rente vor allem dann noch inflationsbereinigt erhalten wirst und möchtest du zum Beispiel diese Lücke schließen durch eine monatliche Rente, die du durch deine Vermögenswerte erwirtschaftest? Ja, was ist dein Ziel? Darüber musst du dir mal auf jeden Fall klar werden. Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, was dein Ziel beim Vermögensaufbau ist. Würde mich mal interessieren. Und das Zweite, was ich mit Ziel meine, ist auch das Ziel der entsprechenden Anlage. Ja, zum Beispiel habe ich auch gleich zu Carlos gesagt, nun, du musst dich, oder die erste Frage, die du dir nicht stellen solltest, ist Tagesgeld oder ETF-Sparplan, sondern erstmal, was ist denn gerade eigentlich dein Ziel? Das erste Ziel, das jeder beim Vermögensaufbau haben sollte und sozusagen das Mindestziel ist für jeden, meiner Meinung nach, ist eben der finanzielle Schutz, damit wir ein finanzielles Polster haben, falls irgendwie mal was ist, wir Job verlieren, kein Geld kommt rein und wir trotzdem dann eben, ja, finanziell, dass es uns trotzdem noch finanziell gut geht über eine gewisse Zeit. Ja, zur Erinnerung nochmal, der finanzielle Schutz sind mindestens sechsmal dieser Geldbetrag, den du bräuchtest, um monatlich zu überleben sozusagen, um deine ganzen Kosten decken zu können. Wenn du die nicht kennst, diesen Betrag und diese Kosten, kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, meine 4-Schritte-Sparformel bei sparenmitkopf.de dir zu holen. Da hast du so eine Excel-Tabelle, kannst alles eintragen und dann siehst du mal, wie hoch deine Einnahmeausgaben sind und wie hoch dein finanzielles Polster sein sollte, was ich dir empfehle und dementsprechend auch deine Sparraten, die du mindestens haben solltest. So, und wenn eben dann zum Beispiel die Sache ist, okay, gerade ist mein Ziel, finanziellen Schutz aufzubauen, dann kommt ein ETF-Sparplan dafür meiner Meinung nach gar nicht in Frage, denn beim finanziellen Schutz geht es nicht um Rendite, sondern es geht um Sicherheit und Liquidität, dass dieses Geld also wirklich nicht verloren werden kann, sage ich mal, also dass die Sicherheit schon sehr, sehr hoch ist, obwohl ja sicher zu 100% gar nicht sicher ist, aber kann man schon so beim Tagesgeld zum Beispiel sagen und dass es eben stets verfügbar ist. Und dieses Geld, was ich zum Beispiel jetzt auf das Tagesgeld der FIM-Bank über Zinspilot investiert habe, ist eben mein finanzieller Schutz, das ist nicht das, was ich irgendwie plane, sozusagen für mich durch Rendite arbeiten zu lassen und für meinen Vermögensaufbau nur zu sein, das ist wirklich einfach nur meine eiserne Reserve, wo ich sonst immer gesagt habe, ja gut, okay, ich nehme es in Kauf, dass da keine Zinsen drauf gibt aufs Tagesgeld bei meiner alten Bank, weil dieser ganze Wechsel-Scheiß ist es mir alles zu viel Aufwand laufend immer hier zu wechseln, dann gibt es da mal einen Neukundenbonus und hier mal einen Neukundenbonus und immer renne ich hin und her, ja, nee, nee, habe ich keinen Bock drauf, durch Zinspilot ist das ja jetzt so schön einfach geworden mit dieser Einkonto-Lösung und deswegen habe ich mich dann entschlossen, das zu machen, da mein Geld hinzubringen. Das ist aber nicht, das dient nicht meinem Vermögensaufbau und eigentlich ist mir die Rendite auch egal, aber eben durch diese einfache Lösung habe ich gesagt, komm, nimm mit. Und dann, wenn du den finanziellen Schutz erreicht hast und du dann auf weitere Stufen gehst zur Erreichung deines großen Ziels, zum Beispiel finanzielle Freiheit, da musst du eben gucken, okay, welche Anlagen brauche ich jetzt, ja, zum Beispiel eben die, die mehr Rendite bringen, Aktien, ETFs, Immobilien und so weiter, ne, und da musst du eben gucken, ja, welches Ziel sollen diese Anlagen erfüllen, denn auch beim Vermögensaufbau gibt es ja die sogenannte Diversifikation, ja, also diese Streuung der Anlagenwerte, dass ich also zum Beispiel gucke, dass ich so ein paar Anlageformen habe, die so ein bisschen sicherer sind, nicht so viel Rendite erwirtschaften, dann habe ich so das Mittelfeld, dass so die Rendite und das Risiko hält sich, sag ich mal, so im Gleichgewicht, ne, also ein bisschen mehr Risiko, aber dafür, dafür auch ein bisschen mehr Rendite und dann habe ich so sozusagen die Anlageformen, die so richtig für mich performen sollen, richtig viel Rendite bringen, die dann vielleicht aber auch sehr risikoreich sind und vielleicht auch mal einen Totalverlust erwirtschaften, aber eben durch dieses Gesamtbild, ja, da greife ich jetzt sozusagen schon mal vor, in diese ganze Sache Diversifikation, in diesem Gesamtbild, ne, mache ich dann eben oder baue ich Vermögen auf, ne, weil zum Beispiel dann eben diese, die Totalverlust erwirtschaften durch andere Anlagen, die sehr gut performen, aufgefangen werden, beziehungsweise eben durch die, die mehr Sicherheit haben. So viel dazu. Dann ist noch ein sehr wichtiger Punkt, auf jeden Fall der Anlagehorizont, das habe ich auch schon mal gesagt, du musst auch immer gucken, generell gilt ja sowieso für den Vermögensaufbau und das Geld, das du investierst, du solltest immer nur das Geld investieren, auf das du auch verzichten kannst, eigentlich sagt man ja so, das Geld, was man investiert, das sollte man als weg ansehen. Wenn es dann mal wiederkommt oder irgendwelche Erträge bringt, dann ist das super, aber man sollte sozusagen nicht damit rechnen, ne, stimmt auch nicht ganz so, aber das kann man so grob sagen, ne. Und dann muss man eben gucken, okay, wie groß denn jetzt mein Anlagehorizont? Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, bei einem bestimmten Geldbetrag, okay, den habe ich jetzt zur Verfügung, brauche ihn aber in drei, vier, fünf Jahren zum Beispiel für Hochzeit, Reise, Umzug, erste Wohnung oder sonst was, dann, ja, empfiehlt sich hier zum Beispiel, empfiehlt sich keine Aktien oder keine Immobilien, weil wenn du in den fünf Jahren dann zum Beispiel dieses Geld brauchst und dann ist gerade ein Aktiencrash, ja, und du brauchst aber das Geld, dann willst du ja diesen Verlust nicht realisieren, sondern du willst den ja aussitzen. Deswegen sind Aktien, ETFs hauptsächlich für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet, ja, von 10, 15 Jahren. Und bei der Immobilie, da möchtest du ja zum Beispiel auch nicht irgendwie den Schornstein verkaufen, um dann die 5.000 Euro zur Verfügung zu haben, ne. Also musst du auch immer beachten, wie lange möchtest du denn den entsprechenden Geldbetrag, den du investieren möchtest, eben angelegt lassen. Und dann, als drittes, darüber habe ich auch schon ganz oft gesprochen, deswegen können wir das hier relativ kurz machen, ist eben dein Risikoempfinden. Du musst auch überlegen, wie risikobefindlich bist du, dafür habe ich ja hier schon mal einen Test als Video hereingestellt, den werde ich dir ja auch nochmal verlinken, mach den, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja, du musst dir darüber bewusst sein, wie risikoempfindlich bist du, wie viel Risiko möchtest du eingehen. Denn Rendite kommt nun mal von Risiko, aber ich kann dir noch 10.000 Mal sagen, kauf dir zum Beispiel Aktien, weil die mehr Rendite bringen. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, weil du nicht so ein risikofreudiger Mensch bist, dann sind Aktien nichts für dich. Dann musst du dir irgendwie eine andere Anlagemöglichkeit suchen. Aber muss man auch dazu natürlich sagen, es kommt auch wieder ganz auf dein Ziel an. Wenn zum Beispiel dein Ziel ist, ein Vermögen, sage ich mal, von 5 Millionen aufzubauen, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht durch sichere Anlageformen wie ein Tagesgeld oder Festgeld gehen. Das geht dann eben nur, dass wir sowieso sehr, sehr viel Geld verdienen, dass wir mehr Geld sparen können und dieses dann etwas risikobehaftet da anlegen und da mehr Rendite bekommen. Also die stehen auch im Zusammenhang, auch das Ziel, das persönliche Ziel, wenn ich sage, in 20 Jahren möchte ich Betrag X haben, gibt uns ja auch einen Aufschluss dann auf unseren Anlagehorizont. Also die stehen ja auch im Zusammenhang. Und dementsprechend musst du dann auch eventuell deine Ziele angleichen beziehungsweise eben diese Faktoren hier so ein bisschen angleichen an dein Ziel. Für die jüngeren Zuschauer, weil ich ja noch so meinte, bei der Gruppe bei Aktien mit Kopf, da ist mir das manchmal so aufgefallen, dass so Jüngere, vielleicht so 16, 17 sagen, sie möchten jetzt mit einem ETF-Sparplan schon mal beginnen und so weiter, dann finde ich das erstmal super. Das finde ich richtig geil, dass schon so junge Menschen sich damit beschäftigen, diesem Thema und sozusagen ihren Vermögensaufbau in die Hand nehmen. Aber kann ich mir eben noch nicht vorstellen, dass zum Beispiel diese jungen Menschen schon ihr finanzielles Polster aufgebaut haben. Und das steht meiner Meinung nach, meiner Meinung nach nun mal an Nummer 1. Jetzt kann man aber sagen, und hier eine kleine Ausnahme sozusagen, wenn du ja zum Beispiel noch Schüler bist, vielleicht noch ein Jahr zum Abi, dann drei Jahre Abi, äh, dann drei Jahre Ausbildung beziehungsweise Studium, ne, dann könnte man ja sagen so, okay, vier, fünf Jahre hast du, bis du so ins Berufsleben kommst, vielleicht hast du auch vor, in diesen vier, fünf Jahren nicht auszuziehen, deswegen sind deine ganzen Kosten überschaubar, du kannst alles gut planen, dann kann man schon mal sagen, okay, dann kann man vielleicht so Hälfte, Hälfte, machen, wenn man zum Beispiel 200 Euro zur Verfügung hat, dass du 100 Euro in den finanziellen Schutz auf ein Tagesgeld bringst, 100 Euro ETF-Sparplan, dann hast du ja nach vier Jahren zum Beispiel auch einen finanziellen Schutz von 4.800 Euro, was ja schon mal ein super Polster zum Start ist. Dabei solltest du aber auf jeden Fall auch noch bedenken, mittelfristige Planung, irgendwann willst du ja mal ausziehen, du willst aber nicht deinen finanziellen Schutz dafür angreifen, du willst aber auch nicht deine ETFs verkaufen, also dementsprechend hier nochmal planen, welchen Betrag du in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren vielleicht brauchst, um so in dein Leben zu starten, das dann vielleicht nochmal nebenbei auf ein Tagesgeld oder Festgeld zum Beispiel entsprechend investieren und dann vielleicht eine Sparrate meinetwegen von 300 machen, dann hast du 100, 100, 100 und dann bist du wirklich schon mal mittelfristig finanziell gut aufgestellt, bist abgesichert, du hast das erste Geld für deine Anschaffung und hast schon was für deinen Vermögensaufbau getan und ein entsprechendes ETF-Depot oder Aktiendepot hast du dann schon aufgebaut oder ein bisschen Kapital für eine Immobilie, je nachdem was so deine Strategie da ist und wo wir gerade bei Strategie sind, hoffe ich, dass ich mit diesem Video dir mal so einen kleinen Eindruck geben konnte und nochmal so ein paar Informationen geben konnte, wie du eben entsprechend deine Strategie für deinen Vermögensaufbau so ausrichten kannst, dass du eben vor allem dir überhaupt erstmal überlegst, was sind eigentlich deine Ziele, welche Anlageformen brauche ich dafür, beziehungsweise auch welche Anlageformen kann ich dann unter den Aspekten Anlagehorizont und Risiko dafür nutzen, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, wenn es so ist, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, schau wie gesagt bei sparenmitkopf.de für die 4-Schritte-Sparformel vorbei, schau gerne in die Playlist von Bildung am Samstag herein, damit du da noch mehr Input kriegst zu den ganzen Themen, hier über Vermögensaufbau, zum Beispiel auch das magische Dreieck des Investierens, das ja sagt, Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, das sind so drei entgegengesetzte Punkte in einem Dreieck, die kann man niemals alle erreichen, das sollte zum Beispiel auch schon wieder klar sein, wenn wir zum Beispiel hier auf sowas wie Anlage, also das Ziel der Anlage und Risiko eben gucken und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder, ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf.